Was zieht dort so Brigitten auf, im blutgen Morgenrot? Das sind die kroatischen Jäger, sie führen den Fahnenträger der Freiheit hin zum Tod. Sie haben ihn gefangen, trotz Recht und Reisgesetz. Es hat ihm das Urteil gesprochen, es hat ihm den Stab gebrochen, der Mörder windisch gräts. Zum Richtplatz sie ihn führen, ihn schreckt nicht Tod noch Grab. Doch als ihr Gedenke der Lieben, die ihm sind daheim geblieben, rollt still eine Träne herab. Er schlingert sich die Bände, wohl um der Auge liegt. Oh mein Deutschland, für das ich gestritten, für das ich im Leben gelehten, verlass die Freiheit nicht. Es krachen die Gewehre, im Blut liegt der Held. Es haben die Büchsen der Jäger, der Freiheit Fahnenträger, den Robert Blum gefällt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020